Hallo liebe Freunde, salut les amis. Ich hoffe es geht euch allen sehr sehr gut und ihr seid jetzt wieder fit und bereit Französisch zu lernen mit mir. Also lasst uns anfangen liebe Freunde, ich komme wie immer in diese Seite. Also liebe Freunde lasst uns anfangen. Was heißt? Wer heißt du? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ich bin Maro. Ich bin Maro. Je suis Maro. Je suis Maro. Je suis Maro. Je suis Maro. Wie geht's? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Gut. Danke. Bien. Merci. Bien. Merci. Bien. Merci. Bien. Merci. Und jetzt liebe Freunde. Ich hoffe ihr habt aufgepasst. Weil jetzt kommt Hausaufgabe von Maro. Jetzt kommt Hausaufgabe von Maro. Also. Was heißt? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Heißt? Comment tu t'appelles? Wie heißt du? Wie geht's dir? Denke gut. Wie heißt comment tu t'appelles? Sehr gut. Du du. Tu damit Kaugummi. Aber Kaugummi nicht kaulen während des Unterrichts. Also. Comment tu t'appelles? Heißt? Wie geht's dir? Und äh. Was heißt ça va? Sehr gut. Sehr gut. Ça va heißt. Wie geht's? Und äh. Ja. Das war's. Aber ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe. Und zwar. Ich frage euch allen da draußen. Allen. Ob Leute der mit Hotdog oder Kaugummi. Oder der da mit dem Handy. Oder der da die nochmal zusätzlich andere Sachen macht. Ich frage euch. Und ich frage dir jetzt. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Und ich will die Antwort hier unten lesen. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand fragt. Comment tu t'appelles? Ich sage. Entweder. Je m'appelle Maro. Ich heiße Maro. Je m'appelle Maro. Oder man sagt. Je suis Maro. Also schreib hier unten im Kommentar. Oder du schreibst einfach hier unten im Kommentar. Ja. Je m'appelle. Punkt. 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 Also. Deine Name. Und ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und ich werde noch mal Merci sagen. Merci Merci. Wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Merci Merci. Wenn du meinen Kanal abonnierst. Merci Merci. Wenn du bei Facebook vorbeischaust. Und auch dort meine Seite abonnierst. Merci Merci. Wenn du einen Kommentar schreibst. Merci Merci. Wenn du das Video teilst. Weinen Aussage. Where are you? Thank you. Salut ladies. Ich heiße Maro, ich pedi Maro. Ich heiße Maro. Wie du 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 ? Wie du 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 du. Wie du du du. Ich Appell mich Maro. Je m'appelle Maro. Comment, 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 comment? Comment, comment, comment tu t'appelles? Eh, 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 eh!